Gratis nach Frankreich fahren? Ja, das ist tatsächlich möglich. Denn hier waren am Montag 30.000 Tickets verfügbar. Die sind zwischenzeitlich auch alle weg. Ich habe hier auch nochmal aktualisiert. Dann sehen wir es nämlich hier. Alle Pässe sind verteilt. Zur Erinnerung Anmeldung wurde nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, durchgeführt. Wenn du dich angemeldet hast, wirst du bald eine Benachrichtigungs-E-Mail erhalten und so weiter und so fort. Und da geht es nämlich speziell hier um die deutsch-französischen Freundschaftspass, womit man die Möglichkeit hat, von Deutschland nach Frankreich zu reisen. Und wenn wir dann dazu nochmal in die FAQ reingucken, sind wir hier nämlich bei Punkt 2. Was kostet der Freundschaftspass? Und der war tatsächlich kostenfrei. Hier 33.000 Tickets für Deutschland werden kostenfrei vergeben. Die Vergabe erfolgt nach dem Motto, first come first served, wie gerade eben gesagt. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Wir sehen ja hier auch nochmal den ZDF-Artikel, Gratistickets nach Frankreich, wie geht das? Was soll man da so großartig sagen? Also ich glaube, diese 30.000 Tickets, das ist keine schlechte Idee, um jetzt hier so ein bisschen Kultur gegenseitig aufzubauen, dass sich die Leute hier rüberfahren, jungen Leute im Alter von 18 bis 27, das war Voraussetzung, dass man hier Kennenlern, Beziehungen aufbauen kann und so weiter. Das finde ich ist eine tolle Sache. So etwas macht ja auch eine Gesellschaft aus, dass man seine Nachbarn kennt. Hier jetzt im Wohngebäude beispielsweise schon, den Nachbar draußen vom Garten, aber genauso natürlich auch Nachbarländer. Und das glaube ich schon, dass das von vielen gut genutzt wird und eine interessante Sache ist. Die andere Seite ist natürlich, haben wir nicht wichtigere Probleme? Haben wir nicht andere finanzielle Probleme in Deutschland? Wie wäre es, wenn man den Rentnern in diesem Land mal etwas Gutes tun würde, wenn man das Flaschenpfand erhöhen würde? Hatte ich auch mal ein Video darüber gemacht, aber es steht ja noch was aus. Das soll ja wahrscheinlich auch noch wirklich kommen. Das ist halt schon sehr, sehr verrückt. Schreibt mal eure Meinungen rein, was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr ja selber zugeschlagen. Bis zum nächsten und ciao.